Herzlich Willkommen, das Verwandlungsfolger hier auf XFMD-Studie. Ich bin jetzt dabei und will wieder hochgehen zur nächsten Etage. Und ich habe die Etappe gefunden. Weil da oben ist noch ein geschützt und ich bin auch noch nicht fertig. Ich bin dann halt durchgefallen und jetzt bin ich wieder bei Knochen verstaucht oder gebrochen. Jedenfalls ist der Junge arg verletzt. Gut, da müssen wir nicht hin. Dann wollen wir ganz kurz mal anklopfen. Bei der Tür. Hier sind wir nicht alleine. Oh, so ein zwei. Okay. Junge Munition brauche ich Honig? Nee Bier Ach, verstaubt das Bein Nutzen wir gleich, ne? Bisschen Batterien holen und dann trauen wir gleich mal weg Oder zerlegen wir Das ist schlimm So, hauptsächlich brechen wir hier durch Wo geht's hier hin? So, hauptsächlich brechen wir hier Junge Junge Oh, sag du Junge 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 Jungeuj Junge Junge so schießt er nicht da ist voll Das war's für heute. Das war's für heute. Das waren Motten, ne? Egal. Ein Rock. Ja, wer es mag. So Leute, das sieht so aus, wenn wir alles gereicht haben. Wir sind voll. Und jetzt fahren wir mal. Was wir noch machen, könnten wir hier zerlegen, aber das wollen wir jetzt nicht tun. Wir sind eh überladen und schauen wir mal, dass wir jetzt runterkommen. Eh schwierig. Nehmen wir noch mit, da kommen wir noch rein. So, dann hören wir uns. Ja, mit haben wir eben voll, ne? Runtergehen. Ja, gehen wir runter. Dann haben wir zurück. Wir haben ja auch noch gut viel gelernt. Also, gut viel, ja. Sehr viel gelernt. Ja. 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 Ah. Oh. Das hat sich gelohnt. Buch des Jägers. Kojoten. Ganz schön. Dann kann ich Bauplan-Eisrüstung. Bremsen. Bauplan-Mündungsschoss-Bremse. Bremsen. Benutzen. Immerhin haben wir es gelernt. So, hier sind Klimaanlagen. Hier mal kurz reingucken. Das wird nicht sein. Dann schauen wir ganz kurz den Schrauben für Luft. Klimaanlagen, das heißt für mich sind wahrscheinlich Kühler für... Oh. Eisenhofer. 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 Na gut, keine Klimaanlage. Beziehungsweise keine... Ja. Was haben wir hier frei? Was können wir hier entsorgen? Jetzt können wir sie kommen. Ja, Wasser. Ja. Das ist so. So falsch, ne? Verkleidung ist nicht schlecht. Ich brauche nämlich ganz gerne. Ah, doch, das ist Klimaanlage. Gut. Gut, aber mal gesehen, ne? Toll sind da vorne. Freischuss. Also die, diese Aktion hat mir, äh, zwar Wissen gebracht, aber... ...nicht ein bisschen Munition. Aber das ist gut so. Wissen baut besser wie Munition, die kann ich mir herstellen. Die Bücher, das kriegt nicht hergestellt. Äh... Lass bald auf. Ne, Löffel drückt auch nicht. Das muss ich nur einen Weg nach unten finden. Das heißt, äh... Ich such mal. Warte, denk. Ach, Retro-Kühlschrank. Schleichen brauchen wir nicht. Haben wir so lange. So. Hier sind wir richtig. Die Treppen sind so eine Sache für mich. Die kommen mir nicht klar. Ha-hahaha. Das kann man nicht aufgemacht, ne? Ja, da kann nichts dran sein. Beziehungsweise... Aber, das sind Wände über 10.000. Und sowas hätte, na gut, der ist, kommt da auch durch. Die würden sich ja durchfressen, oder so. hier springen wir lieber nicht mal gucken woher kommen das treppe normalerweise hier wieder leider ja polster ganz schön hoch hier darunter kommen wir hier gut ok auf dem moped jetzt haben wir schon ein 19er jetzt legen wir mal die autos hier ja kein kühler mein moped also komplett tag hier mit dem gebäude verbraucht dass wir da hoch gefunden haben ewigkeiten ein bisschen kühler geworden kühler ist nicht gut müssen messing haben wir gekriegt aber gut ja also drei schießpulver und eine große naja gut auch keine klimaanlage gut ok wenn man ganz kurz noch was trinken dann geht es richtung heimat weiterbauen messing heizkörper gut soll er trinken wir nicht außer ich brauche noch mindestens ein paar punkte unendliche punkte also hier von 4 0 0 ok geht zurück bevor die nacht richtig einbricht und einrichte wo schießen können wir jetzt nicht wir haben auch zwei schuss diesen können wir nicht anfangen wir haben auch zwei schuss diesen können wir nicht anfangen im bau kam riesengebäude hier das shop tower da kann man garantiert nicht gut hoch so hier ist baustelle naja fliegt hier auch schon wieder kann es mir mal von ins gold richtung osten oder in den noren ne südost ich bin mir nicht ganz sicher in meiner straßenkenntnis hier war nicht gewesen fahren wir nach norden ne vielleicht bin ich immer noch eine kiste unterwegs wir fahren nach noren wenn sie so heiß wäre können wir hier auf das mal herfahren aber hier ist ja hohe loch kommen weg wir sind so schön wir kommen zurück oder wie heißt es hier oder schön auch wiedersehen wir fahren nach noren zum glück habe ich gerade musikion und entfernung gehabt das heißt wir haben sofort wieder die pistole hätten wir noch eine mit schubflinte war gut ganz ohne sind wir nicht da ne war nicht gut bestückt aber halt ein auto auto ja genau die meinte ich das ist die die wenn man gleich ein bisschen mal ganz nackig sind wir nicht machen technisch ja heute nicht ich brauche und tschüss kühler haben wir der rest kann man viel auf die laufzeit dunkel wird 9 uhr und gas geben früher das wird man eine kurze folge ich fahre nur zurück und nicht passieren denke ich mal dann sagt man schluss auf dem winkel schau ja man sieht sich dann so bald für morgen früh hier draußen anfängt zu bauen